Wir haben fast 7 Uhr morgens. Mein Bruder ist auch schon wach. Jetzt gehen wir ins Gym. Der Tag wird angefangen mit einer guten kalten Dusche. Dann putze ich mir die Zähne. Und dann gehen wir trainieren. Heute ist Trizeps, Brust dran. Let's go. So fertig mit dem Workout. Ich bin total am Arsch. Jetzt gehen wir noch einkaufen. Jetzt folgt der schwierige Part des Ganzen. Und zwar der Einkauf plus das Essen. Mein Bruder ist auch total am Arsch. Oh, ich war jetzt den ganzen Tag gearbeitet. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Boah, schlecht hat man auch aus dem Handy vergessen, Alter. Genau, über die Arbeit hinweg habe ich mein Handy leider bei mir zu Hause vergessen. Aber nichts. Nicht mal wieder, wie wichtig es ist. Nichtsdestotrotz sind wir heute zu einer sehr wichtigen Erkenntnis gekommen. Nämlich, dass wir es einfach nicht sind. Ich wurde heute nämlich von einer Blondine in der Bäckerei abgelehnt, die 17 war. Michael ist heute den Berg mit Leerlauf runtergefahren, weil er Sprit sparen wollte. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Musik 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 Musik